Leicht, schick und wandlungsfähig. Das neue 360-Grad-Notebook von Medion. Nutzen Sie Ihr Notebook auch als Tablet. Durch den 360-Grad-Modus lässt es sich ganz einfach verwandeln. Leichte Handhabung in allen Situationen, dank Multi-Touch-Display mit Full-HD-Auflösung. Profitieren Sie von den neuen Funktionen von Windows 10, Windows Hello. Noch nie war das Anmelden so einfach. Ihr Fingerabdruck genügt. Und Cortana. Cortana ist Ihre digitale Assistentin. Sie erinnert Sie an anstehende Aufgaben und gibt Hinweise und Tipps. Für ausreichend Leistung, Agilität und Geschwindigkeit sorgt Ihr Intel Pentium-Prozessor. 64 GB Flash-Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher sorgen für kurze Ladezeiten und zügige Programmwechsel. Ihr Office-Paket enthält die neuesten Versionen von Word, Excel, PowerPoint und vieles mehr. Nutzen Sie zusätzlich einen Terabyte OneDrive-Speicher. Greifen Sie von unterwegs auf Ihre Dokumente, Fotos und Videos zu. Mobil und flexibel. Immer und überall. Medion bietet Ihnen kostenlos eine dreijährige Herstellergarantie auf alle Produkte. Unter www.medion.de finden Sie schnell und einfach alle Infos zum Medion-Service. Beispiele. 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 Untertitelung des ZDF, 2020